I'll think I'll, I'll think I'll try defying gravity War jetzt vielleicht auch nicht ganz schlecht, aber hat nur hier stattgefunden Try defying, try defying gravity Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Es ist wieder so weit Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start Und mit den besten Tipps und Tricks hier auf meinem Kanal Du weißt es auch und du willst es auch Und falls du noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt dein Moment Ich warte Ich warte jetzt nur darauf, dass du jetzt direkt abonnierst Und die Glocke anmachst Weil sonst ist es irgendwo mein Freund Okay, gut, lass uns loslegen Da dieser Kanal keine Millionen Umsätze macht Muss ich hier auch mal in eigener Sache Werbung machen Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr hier jetzt auch nochmal in meine Werbung reinschaut Mit Liebe gemacht für die Community und let's go Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten Das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99 Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 Und sieh, was dich dort erwartet Schau vorbei unter tanja-levy-vocalstudio.com Starten wir doch mal direkt mit Nummer 1 Und Nummer 1 ist das Breath Management oder Breath Pressure Das ist wirklich, eigentlich könnten wir uns das Video jetzt sparen Weil das ist mitunter das Wichtigste Und das ist die Kontrolle über das Volumen, das du benutzt Über den Luftdruck, den du beim Singen benutzt Also ganz häufig habe ich hier junge Sängerinnen, junge Sänger, Anfänger Die wirklich viel zu laut die Töne ansetzen und entgegenschleudern Und ja, ich war genauso Also es erinnert mich immer wieder an mich selber Und das ist nicht so einfach, lernen mit Kontrolle zu singen Wirklich Kontrolle zu haben über sein Instrument Aber hier geht es jetzt ganz klar darum Wie viel Volumen gebe ich am Anfang Aber das muss auch supported sein Nur luftig, aber es darf auch nicht zu toll sein Glottel Onset, das darf es halt auch nicht sein Es muss halt eben die Mischung sein Und hier ist es ganz wichtig Wie viel Luft benutze ich Guter Luftdruck Und Support von unseren Muskeln Von unserem Zwerch in dem Fall Think I'll, I'll, I'll try defying gravity Mir fiel jetzt kein anderer Song ein Try Und der Song ist eben dieses Try defying, try defying Jetzt singe ich das so musicalmäßig aus Aber dieses try Und da ist nämlich dieses Wir wollen halt nicht try Und luftig ansetzen Wir wollen auch nicht try defying Try defying Try Oh, ich muss mich zurücknehmen Try defying Also ganz wichtig Das sind diese zwei Komponenten natürlich Wenn ihr Tipps und Tricks haben wollt Dann müsst ihr auch schon mal im Unterricht anrufen Das kann jetzt nicht alles hier umsonst auf YouTube sein Also Leute, jetzt auch mal halt lang Tipp Nummer zwei Crescendo, decrescendo Was uns auch nochmal ganz häufig hier hilft im Studio Ist crescendo, decrescendo üben Das heißt, dieses Gefühl zu haben Wir machen so ein smooth onset Wir gehen jetzt relativ smooth auf diesem Ton rauf Allein auch diese Metapher ist super, aber egal Wir gehen halt so ein bisschen smooth rauf Und das hatte ich mal hier auch in einem Video Es gibt auch ein Video auf meinem Kanal Zum Thema Crescendo, decrescendo Wie man, ja, um einfach richtig Sich fein zu tunen Ich mach das so ein bisschen wie das Radio Man hat das Gefühl Man sucht jetzt einmal diese Radiofrequenz Kennt ihr das? Wenn ihr so das Radio anschaltet Und dann findet ihr aber diesen Kanal nicht Naja, auf jeden Fall Ihr wollt euch da reintunen Das Stichwort ist reintunen Und dann versucht ihr so ein bisschen von leise zu laut Das war jetzt echt nicht das beste Crescendo Was ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen Aber startet auf einen bequemen Vokal für euch Und versucht da erstmal so ein bisschen mehr Kontrolle zu gewinnen Ja, ein Tipp wäre noch Dass man guckt, dass man den Sound von hier nach vorne bringt Das habe ich sehr häufig hier mit deutschen Schülern Weil wir natürlich in unserer Muttersprache nicht gewöhnt sind Ja, wir sind ja keine englischen Profis Das heißt, wir singen gerne englische Songs Aber im Englischen ist der Sound einfach viel frontaler Man hat das Gefühl Oh, das vibriert hier so ein bisschen Oder der Sound ist einfach Ja, wie im englischen Place in the mask Und wir wollen mal gucken Dass wir einfach von hier I think I'll try defying Oh, der Sound war jetzt vorwort Ich starte mal ein bisschen höher War jetzt vielleicht auch nicht ganz schlecht Aber hat nur hier stattgefunden Also ich versuche Ich war eine tiefe Tonlage jetzt Weil es muss bequem sein heute Heute geht nicht so hoch Ich bin total ausgetrocknet mit meinen Stimmenwänden Das heißt, versucht den Sound mal so ein bisschen nach vorne zu bringen Das könnt ihr mit so Vokalen machen Solche Sachen zum Beispiel Und dann guckt ihr, dass ihr wirklich Wir Deutschen, hier auch Da ist gar kein Sound Aber bei den Amerikanern ist es doch ein bisschen weiter vorne Das sind natürlich Metaphern Und ich versuche hier nicht so oft Mehr im Fach Chinesisch zu sprechen Deswegen benutze ich halt solche Begriffe Wie Bera-Amerikaner Wenn euch das Video gefallen hat Dann würde ich mich wahnsinnig freuen Wenn ihr jetzt die anderen Videos schaut Die sind nämlich genauso super cool Und ich würde mich wahnsinnig Über eure Kommentare hier freuen Ich versuche auch Auf alles zu antworten Wenn ich es sehe Meistens bin ich dann auch ganz häufig Auf Instagram aktiv Wenn ihr euch da mit mir vernetzen wollt Euch da mit mir Oh Gott Na gut, dass ich eben nicht Deutschlehrerin geworden bin Aber wenn ihr euch auf Instagram Mit mir vernetzen wollt Dann freue ich mich ganz, ganz doll darüber Und ja, schaut doch mal jetzt In diese Videos rein Hier, hier, das hier Oder das hier Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020